So, wir sind heute bei der Familie Adlmann in Wien. Die haben die Photovoltaikanlage montiert bekommen. Herr Mag. Adlmann, warum haben Sie es gemacht, die Photovoltaikanlage? Warum habe ich es gemacht? Weil ich im Rahmen meiner Möglichkeiten auch einen kleinen Beitrag dazu leisten möchte, dass unsere Kinder und unsere Enkel auch eine lebenswerte Umwelt vorfinden können. Mit dem Ablauf, mit der Organisation, mit der Einreichung, waren Sie zufrieden? Ja, mit der Organisation, mit dem Ablauf waren Sie zufrieden, dass die Behörden sehr lange gebraucht haben. Dafür kann natürlich der Organisator nichts. Würden Sie es wieder machen mit der Tino-Energie? Ja, das jedenfalls. Dann noch eine letzte Frage, Herr Mag. und zwar, dürfen Sie bei uns als Werbung auf der Homepage verwenden? Ja, Sie dürfen das verwenden. Herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017